Der erste Semifinal ist erledigt. Wer spielt um 15.30 Uhr heute um France und wer um 16.30 Uhr? Das ist Liga in Spanien. Die Valkenburg schafft hier. Es ist ein Macher Riesel. Schön gespielt, das ist ein Macher Riesel. Schöner Schott, weil man den Verhöhung von Herrn Kunden angewiesen hat, aber die sind zu 19. Die sind zu 20.000, die sind zu 20.000, die sind zu 20.000. In der Verteidigung, weder frei, an der Schulter. Ah, sieht gut aus, gesehen. Es ist jedenfalls mal ein American Time Monster von fünf Minuten Zeit zu schauen. Und Eilofüsio und Dr. René Schmitz. Es ist jetzt ein offener Schlagapplaus zwischen Spanien und den Niederlanden, während Finale einzieht. Die Welt widmet dir Sparks Berlin, Pardoch Erste Bank und Sparkasse. Die Welt widmet dir Sparks Berlin, Pardoch Erste Bank, Pardoch Erste Bank. Und jetzt auch die Außerirdausland der Niederländerin. Glamourplatz. Glamourplatz. Schott hier über die Blödsinn, glaube ich. Schössig war er gezogen, da frischt. Lieber man den so graus und da den Vaginier. Und dann wissen wir, der um 15.30 Uhr kommt um Auschwitz und um 16.30 Uhr das größte Weltstrahl wiederkehren. Und der Gegensatz, was soll er in den Krieg? Was soll er in den Kriegs empfehlen? Spannende in den Kriegs im USA-Slamperte! Spannende in der Welt! Spannende in der Welt! Spannende in der Welt! Spannende in der Welt! Applaus